Da, wo ich herkomme, werden Geschichten und Neuigkeiten von Geschichtenerzählern in jedem Dorf erzählt. Und so kamen die Geschichten mit den Erzählern über die Berge zu uns. Erlaubt mir, eure Erzählerin zu sein und seid meine Gäste. Lasst mich die Geschichte erzählen. Die ich an diesem Abend in unserem Dorf hörte. Er begann von der Zeit zu erzählen, wo die Blumen noch in unseren Gärten wachsen konnten. Und die Sonne sich nicht verstecken musste. In einer Zeit, wo wir Menschen gleich waren. Doch dann kam die Zeit, als der Mensch sich über die anderen Menschen erhob und die Sonne gefangen wurde. Ihr müsst nämlich wissen, meine Heimat gibt es nicht als eigenes Land. Das wurde uns genommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020